Hier ist nun Schloss Karnitz, das mit seinen schönen und historischen Innenräumen und seinem weitläufigen Park mit den vielen Teichen und Alleen Mittelpunkt des Gutes Lupo ist. Im Folgenden sehen wir Szenen aus dem Arbeitsablauf, aus der Zeit um die Wende zur Technisierung der Landwirtschaft. Heute selbstverständlich nur noch eine Erinnerung. Früh am Morgen ruft es zur Arbeit und aus den Stallungen und Wohnhäusern setzen sich lange Züge in Bewegung. Draußen auf den Feldern wird Getreide gesät. Die Kartoffelmieten werden freigeschippt und die Saatkartoffeln je nach Größe sortiert. Frauen und Männer sind unermüdlich beim Kartoffelpflanzen. Besonders stolz ist jeder Landmann auf seine Pferde und die warme Aprilsonne verführt diese zu einem kräftigen Galopp. Viele Wagenladungen Stallmist werden auf die Felder gefahren und gestreut. Und dann sind Jung und Alt dabei, wenn die Rüben gepflanzt werden. Die Rugenpflänzchen werden gezogen und in der Kolonne ausgepflanzt. Zwischendurch eine kleine Vesperpause. Hoch im Kurs steht das Milchvieh. Große Rinderherden bevölkern die Wiesen und Weiden. Zwei bis dreimal am Tag wird gemolken. Und die frische Milch wird sofort durch einen Wattefilter geseit. Das Getreide reift. Bald rattern die Mähbinder über die Felder. Frauen stellen die Garben zu Hocken auf. Das Getreide wird eingefahren. Und in große Mieten gebracht. In den Wäldern ist der Forstmann unterwegs und freut sich an den Rehen und ihren Kitsen. Brachliegendes oder abgeholztes Land wird wieder aufgeforstet. Nach den Mühen der Getreideernte macht man am Sonntag einen Sprung zur Ostsee. Auch den Landmann zieht es immer wieder zum naheliegenden Meer. Eine lustige Fahrt mit Fischerbooten auf der Leber. Ein festlicher Tag ist das Erntedankfest mit der Erntekrone, dem langen Festzug und einem kräftigen Essen. Speckerbsen gibt es. Kartoffelernte. Die Kartoffeln werden gehackt, wobei Maschinen schon den fleißigen Menschenhänden helfen. Anschließend werden sie in großen Kastenwagen abgefahren. In den Pausen zwischen Bestellungs- und Erntearbeiten werden Straßen im Bereich des Gutes gebaut oder ausgebessert. Die Brennerei am Ufer des Sees fängt wieder an zu arbeiten und Stallungen und Wohnhäuser werden ausgebessert und erneuert. Die letzte Ernte des Jahres wird eingebracht. Die weißen Kohlrüben werden geköpft und diese geköpften Ruken werden mit schweren Eggen ausgerissen und in Mieten zusammengefahren. Schafherden ziehen über die abgeernteten Felder. Der Herbst ist im Land, die Winterszeit steht vor der Tür und dann ein neues Jahr mit gleichen Regeln. Feierabend nach schwerem, langem Arbeitstag. Feierabend einst in Pommern. Erntzen sind in Mieux im Bereich. Erntzen beenden wir Reisebenden. Der Herbst ist im Grundsatz zu verhindern, der unsere Reisebenden wird geöffnet. In der Jaune 세상 ist das Radium von der Jericho. Der Herbst ist im Saalweg. Der Herbst ist im Grundsatz. In der Herbst ist der Herbst- und der Herbst. Erntzen werden die Erntzen die Erntzen auf der linke Zeit vor. Untertitelung des ZDF, 2020